Der Bücherzirkus ist eine Veranstaltung im Kohlravi-Zirkus, bei der sich alles um Outlet-Bücher dreht. Das findet einmal im Jahr im Oktober statt. Hier werden mehr als eine Million Bücher und 10.000 Titel angeboten. Die meisten Mängelexemplare oder Restposten. Viele der Bücher sind aber sogar noch eingeschweißt. Trotzdem kann man sie bis zu 90% reduziert ergattern. Es ist scheinbar jedes Genre und jeder Verlag vertreten. Egal ob Bellatristik, Sachbuch, Bildband, Kochbuch, Kind- oder Jugendbuch oder was einem sonst noch so einfällt, man findet es. Perfektes Potenzial, hysterisch durch die Halle zu jagen und sich jedes Buch zu krallen, bevor es ein anderer wegschnappt. Wenn man das aber nicht tut und sich etwas zurücknimmt, dann erlebt man noch etwas anderes. Magie In diesem Zirkus scheint die Zeit stillzustehen. Es gibt scheinbar keine Grenzen. Alles ist groß und weit. Es herrscht eine tiefe Ruhe und es riecht nach Buchseiten und Tinte. Nimm dir die Zeit. Höre hin. Spüre die Seiten. Sieh die Schönheit des Moments. Hier existierst nur du und 10.000 Türen zu Geschichten und Welten. In einem Meer aus einer Million Büchern. Finde und entdecke deine nächste Welt. Dein Abenteuer. Dein Ort, der nur dir gehört. Und wo Zeit keine Rolle spielt. Denn das ist es doch, was Bücher ausmachen. Oder? Dein Gott. Tschüi. Untertitelung des ZDF, 2020